Mal raus und mach's wieder neu rein. Schon ärgerlich gerade. Äh, wie hab ich, da ist das, was dort. So. Nicht speichern, nicht. Äh, hier kommen wir hin. Ach so, hier, hier. So. 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 . So. 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 ich hoffe dass es geklappt hat wenn ich dann muss ich leider ja ausrasten weil ich aber kein trinken doch dann auch noch cola ich natürlich nicht zeigen werde sollte eben was umstellen was habe ich eigentlich eine waffe drunter die hier welche war es durch nest naja die will ich nicht ließ so denn geil damit er kommt aber nicht klar das ist hiermit haben wir hier recht schaffen ach die lassen wir sein du hier schon freie die richtung die natürlich auch nicht und das wird sich um die normale denn wartet hat denn der lauf der auswiesen ausbefroh das sieht aus wie ein ausbefroh so seika sollen wir wieder starten ich bin gerade nicht dabei moped kein dauerfeuer ach so jetzt weiß ich wurde token ist man bin ich blöd das ist mir schon bewusst aber im eifer des gefechtes halte ich halt eher zwei gedrückt ja nehm oder nie Komisch. Warte ich, das ist nochmal kurz testen, so, klicken wir auf den schönen Eiken da, ne, so, ähm, machen wir mal unos, liblub, schreien wir einfach mal hin, blablabla, so, dann drücke ich auf Donate, dann kann ich aussuchen, Paypal oder PaySafeCard oder keine Ahnung was, dann kann man aussuchen über Paypal oder PaySafeCard, ich habe mit Donation, ja, dafür brauchst du natürlich ein Skrillkonto, ne, natürlich, jeder der mit PaySafeCard zahlen möchte, äh, braucht ein Skrillkonto, jetzt stimmt's, ja, okay, mal, so, hat's jetzt, ah, ne, komm, Sniper, da kann ich eh nix reißen, lassen wir das mal raus, was denn, aha, ja, anders funktioniert das gerade leider nicht naja, ich gucke gerade noch was hier am Computer naja, ich muss mir da nochmal genauer Gedanken drüber machen so Gockele mach mal das schöne Gockele auf so 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 ja, ich guck gerade, guck gerade, dann ballert man sie alle weg ja, ich wollte den titel welcher mal den titel welcher mal versuchen zu kriegen, ne, du musst auch verstehen, ich, äh, sagt mir schon rund vorhin schon, dass mir nur einer, dass ich nur eine Hand habe, hier ist die eine, die ist weg, ne, also, ich bin kein Meister in Call of Duty also, man kann bei dir sofort Überweisung machen ja mhm ja, ich guck mir das mal gerade ja, mit dem Paysafe kack da und und und, das muss ich da mal später gucken das ist mir gerade doof ja, ich muss mir das nachher auch mal alles umstellen so seiker auch für dich, ähm, immer Feuerstöße geben und von links nach rechts immer bewegen bei dem Noob von mir ja, das geht schon ich bin auch kein Profi, was das Spiel angeht ich krieg auch übrigens auf die Schnüsse, so ist es ja nicht, ne ich weiß nur, ich habe definitiv null Zuschauer läuft bei mir, einen Daumen hoch äh, bist du wieder aktiv, dann können wir ja starten, ne ich bin dafür nur für ausgewählt ich nehme mal den da rein dann können wir die einfach, so gut seiker, are you ready? warte, ich muss doch kurz meine Cam nochmal einstellen, ey, die sieht so scheiße aus tsch, tust du schon nicht, tust du schon nicht aber gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, ne das ist schon mal richtig knorke seiker, bist du ready? mhm oh mein gott, das kriegen wir wieder so auf die Schnauze das kriegen wir wieder so auf die Schnüsse tschüss oh man, oh man da ist ein kleiner rechter Fehler, da ist nämlich eine Leerzeile zwischen Volt und Billy B2C5 nicht dran ja, Beat Gamer, da sagst du echt was? ja, ich bin super der